Heute könnt ihr 1.000 Euro gewinnen, denn wir machen einen Paul Berger Limo Video Wettbewerb. Let's go! Yo, er macht einfach einen Paul Berger Limo Graffiti. Oh mein Gott, er hat den ganzen Kühlschrank voll. Heyo Leute, Cramix hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Ihr hattet eine Woche Zeit, um eure Paul Berger Limo Videos einzusenden. Und heute werden wir gemeinsam eure Videos bewerten. Es wird insgesamt 10 Gewinner geben und jeder Gewinner bekommt 100 Euro. Also es gibt 1.000 Euro Preisgeld. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ihr hättet eine Woche lang Zeit gehabt. Absolut alles ist erlaubt. Hauptsache es hat etwas mit Paul Berger Limo zu tun. Wir schauen jetzt in eure Videos rein. Aber bevor es losgeht, muss ich mir natürlich auch erstmal selbst wie immer eine Paul Berger Limo aufmachen. Oh Leute, so eine schön eisgekühlte Paul Berger Limo Pfirsicht, die ist ab sofort auch wieder im Online-Shop verfügbar. Und Leute, ihr wisst natürlich, Edeka, Netto, Trinkgut, Globus, natürlich deutschlandweit am Start immer gerne abchecken. Ich würde sagen, wir schauen jetzt aber in eure Videos rein. Let's go! Wow, was ist das denn? Paul Berger Limo Bubblegum. Alter! Von Marina Hort. Ey, die malt das! Wow! Ey, sowas ist nice. Oh, das feier ich. Paul Berger Limo. Erstmal eine schöne Paul Berger Limo mal. Oh, hier mal noch mit Rainbow-Effekt. Junge! Bam! Boom! Er ist nice geworden. Alter! Finde ich gut. Oha! Alex Corby. Geht mal zu iCrimex abonnieren. Ehrenmann! Deine Schule ist vorbei und der Tag war hart, also schnell in den Laden an dein Kühlregal. Was sagt der denn da? Wuh! Boah, schön eisgekühlt. Schön eisgekühlt das Ding hier. Gib mir mehr davon. Vielleicht ist es nur viel mehr. Es ist nur ein Mehrwerbesong. Schön. Paul Berger auf die 1. Alter! Boah, schönes Wetter. Erstmal eine eisgekühlte Paul Berger Limo gönnen. Das sah richtig entspannt bei dir gerade aus, Alex. Oh mein Gott, Leute, was passiert? Alter! Er mischt jetzt einfach die beiden Sorten. Das habe ich ja auch schon mal gemacht in meinem Short, Leute. Kennt ihr das? Klick, Knick. Klick, Knick, der Ehrenmann. Klick, Knick. Und? Wie schmeckt es beides? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Also, ich finde, einzeln schmeckt es besser. Boah! Aber ich muss ehrlich sagen, Klick, Knick, ich würde die Sorten auch eher einzeln trinken. Ja, Gemisch, da ist es halt, es ist halt einfach ein wildes Gemisch dann, ja. Aber, Leute, wie trinkt ihr eure Paul Berger Limo lieber? Schreibt es in die Kommentare. Oha! Junge, hier voll editiert und so. Aber wir müssen uns natürlich auch merken, was bis jetzt so die besten Videos sind. Also, es gibt, wie gesagt, 10 Gewinner. Das müssen wir uns natürlich immer überlegen. Aber ich muss sagen, bis jetzt, also, ja, wir müssen erst mal reingucken. Okay, hier so ein bisschen so krass editiert. Okay, okay, okay. Alter, so, das ist ja wie so eine Montage hier. Ist natürlich schon nicht schlecht gemacht. Boah! Yeah, fetzt hier erstmal eine Paul Berger Limo. Ist nicht schlecht, kann man machen. Haut mich jetzt aber nicht so krass vom Hocker. Junge! Paul Berger Limo. Nicht nur an Sommertagen an der Frische. Hahaha! Auch beim Zocken. Und der Track ist so viel mehr als nur in Werbesitzung. Boah, mein Shirt hat er auch. Alter, Maxi Leon, Ehrenmann. Oder der perfekte Drink nach dem Sport. Draußen, beim Zocken, beim Sport immer. Paul Berger ist immer gut. Zisch ist den Start bereit. Paul Berger auf die ein. Also da muss ich sagen, Max, Leon, das für dich ist ein gutes Ding. Bis jetzt einer meiner Favoriten das Video. Das ist cool. Duplikator, was macht er denn da jetzt? Nein! Nein, er züchtet eine Paul Berger Limo-Pflanze! Nein! Boah, er hat durchgespielt. Er hat durchgespielt. Er hat sich noch unendliche Paul Berger Limo-Farm gebaut. Geil. Hahaha, ja. Junge, er hat sich einfach Paul Berger Limo angepflanzt. Geil. Also muss ich sagen, feiere ich auch hier Steel Machine. Leute, auf die Idee, auf die Idee muss man erst mal kommen. Ich feiere das ja immer, wenn ihr kreativ seid. Nice, okay. Leute, also der kommt auf jeden Fall auch in die engere Auswahl. Oh, was haben wir hier, Leute? Paul Berger Limo-Videowettbewerb. Kühlschrank geht auf. Paul Bergers Song natürlich auch am Start. Und jetzt wird gezockt. Fortnite. Bei uns der Tag war ein Tag später. Ja. Oh nein. Er hat wieder daneben gegriffen. Er hat wieder daneben gegriffen. Cola. Und so cool. Bro. 98. Das klappt nicht mit Cola. Doch eines Tages. Das ist auch nice. Das ist auch ein nice Video. Greift er sich die Paul Berger Limo. Jetzt holt er ein Battle Royale. Äh, Victory Royale. Jetzt Victory Royale, Bro. Nimm dir halt die Zeit. Geschmäcker wie nice. Wow. Let's go. Und noch ein Win. Ihr müsst einfach Paul Berger Limo. Dann klappt's auch mit dem Zocken. Ja, Ewok, muss ich sagen, auch ein cooles Video. Ey, der kommt auch in meine Favoriten. Oh, Leute. Das ist Davi Gens. Aber die Frage ist, warum ist der Kanal jetzt Winis Gaming? Nicht, dass das hier jemand hochgeladen hat von dem Davi Gens. Weil ich kenne den Davi Gens. Der macht immer so richtig nice Shorts und Instagram Reels und so. Alter. Yo, er macht einfach ein Paul Berger Limo-Graffiti. Bro, ich hoffe, du machst das an der Wand, wo das erlaubt ist hier. Nicht, dass das hier ein illegales Graffiti ist. Alter, Ehrenmann. Ich muss auch sagen, Davi Gens, absoluter Ehrenbruder. Also, er hat wirklich richtig nice Shorts auch schon gemacht. Ist halt jetzt die Frage, ist das jetzt hier Winis Gaming? Ist das wirklich du, Davi Gens? Wenn nicht, dann schreiben wir dir einfach auf Instagram. Aber muss ich sagen, ey, jetzt haben wir schon vier hier in meinen Favoriten. Würde ich sagen, kommt auch in die Favoriten mit rein. Schreibt natürlich auch in die Kommentare, welches ihr am besten findet. Hier wieder Davi Gens. Bamm. Nice. Und dann schön irgendwo im Urlaub hier erstmal eine Paul Berger Limo zischen. Auch sehr nice. Wobei ich aber sagen muss, das andere fand ich noch besser. Wow. Ein Song. Weiß ich, was ich hab. Ich hab ne Paul Berger Limo dabei eiskalt. Schmeckt sie so geil. Yeah. Auf Essen mit Freunden oder alleine. Wir trinken Limo, das ist der Style. Woo. Einfach nochmal einen Paul Berger Limo Song hier gemacht. Geil. Ich wusste ja gar nicht, dass ihr so musikalisch seid. Nice. Ja, auch cool. Ja, das Video war nicht so stark, aber der Song war, ich würd dich mal so auf, ja, eventuell, eventuell in der engeren Auswahl. Mal gucken, was noch so kommt. Boah. Boah, ich bin so down, ey. Hä? Ist alles mega ölig hier. Was ist denn das für ein Video? Ey, Junge, lass dich nicht so runterziehen. Nee, Mann. Ich geh ins Bett, ist alles langweilig hier. Ey, Mann, warte doch mal. Ich hab eine richtig geile Idee. Ich hab hier nämlich eine richtig coole Sache versteckt. Bro, die Affen leben einfach bei ihm, hä? Und zwar Paul Berger Limo. Ja. Und jetzt chillen die schön zusammen. Und jetzt chillen die schön zusammen. So ist das Leben. Vielleicht tausendmal besser. Deine Schule ist vorbei und der Teufel hat, deshalb... Leute, der hat aber, glaube ich, ein bisschen zu viel Pop. Paul Berger Limo gesoffen hier. Guck mal, der dreht ja hier schon völlig durch. Digga. Auf der Toilette. Nice. Oh, ey, das sind beste Freunde. Ey, das ist voll nice, die Affen. Dann nimm die alte Zeit beim Zocken. Paul Berger ist das Beste, was mir passieren konnte. Paul Berger auf die Eins, wenn du das... Alter, das Video... Paul Berger Limo. Auch von Müttern und Vätern empfohlen. Yo, er hat sogar seine Mom noch mit in das Video reingenommen. Okay, also da muss ich sagen, der Kanal DW. Leute, wir haben natürlich auch durch das Formular eure Namen und eure Adressen. Also du bist auf jeden Fall auch in der hängeren Auswahl. Muss ich sagen, fand ich auch richtig cool, das Video. Und liebe Grüße an deine Mom. Deine Schule ist vorbei und der Tag war... Ey, das ist schon wieder hier, Davi Gens. Der hat ja mehrere Videos eingesendet. Ey, Bro, aber hier... Also Davi Gens oder David heißt der, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, Davi oder David. Keine Ahnung, auf jeden Fall auf Instagram heißt der Davi. Ey, er macht wirklich so freche Videos, ne? Guck mal, jetzt angelt er hier einfach eine Paul Berger Limo. Einfach bester Fang des Tages. Er macht wirklich so nice Videos. Bro, zu wild. Wobei ich aber immer noch sagen muss, das Graffiti-Video finde ich noch stärker. Also, das Graffiti-Video würde ich da in der Top 10 auf jeden Fall mal behalten. Oh, oh, was haben wir hier? Oh mein Gott, der hat den ganzen Kühlschrank voll. Junge, so muss ein Kühlschrank aussehen. Stark, stark, stark. Erst einmal danke an dir, Max, für die nette Bewertung in deinem Video. Heute wäre ich... Stimmt, ich wollte gerade sagen, ihn habe ich schon mal gesehen. Er hat schon mal ein Bewertungsvideo gemacht. Und ich glaube, da haben wir auch drauf reagiert. Absoluter Ehrenmann, kriegt ein Like hier. Ich muss mal probieren, weil sich meine Meinung ein bisschen geändert hat. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ey, ich hoffe, es schmeckt ihm immer noch. Ich fange an mit Pfirsich. Ey, aber Leute, ne? Ich muss einmal hier kurz unterbrechen. Ihr Leute, ich habe ja immer noch nicht gesagt, welcher neue Geschmack nächsten Monat im Mai kommt. Aber ich sage euch mit Ansage, ihr werdet es lieben. Selbst wenn ihr sagt, Bubblegum war nicht meins. Okay. Selbst wenn ihr sagt, Pfirsich war nicht meins. Okay. Aber das nächste, was kommt, der nächste Geschmack. Vertraut einfach, Leute, es wird euer Sommergetränk. Vertraut bitte einfach. Okay, was wird er sagen? Da hat sich meine Meinung nicht geändert. Es bleibt immer noch für mich eine Zehn von Zehn. Okay. Weiter geht's mit Bubblegum. Bubblegum, okay. Ich glaube, Bubblegum war eher so ein bisschen skeptisch, glaube ich. Da hat sich meine Meinung ein bisschen geändert. In dem ersten Video hatte ich gesagt, eine Acht von Zehn, weil ich es mir ein bisschen bäriger vorgestellt habe. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und für mich ist es jetzt eine Neu von Zehn. Okay, Ehrenmann, danke. Er hat sich auf jeden Fall ein bisschen warm getrunken damit. Okay, ja, nice, nice. Aber das muss man auch sagen, ist ja auch so ein bisschen die Idee bei Paulberger Limo gewesen. Falls es euch interessiert, wir haben ja extra die Geschmäcker nicht zu extrem gemacht, damit man, vielleicht kennt ihr das ja, wenn man die ganze Zeit immer das Gleiche, den gleichen, so extrem süße Sachen, dann kann man es irgendwann nicht mehr trinken. Und das soll so erfrischend sein, so locker, nicht zu süß, nicht zu stark, sagst du, dass man immer Bock darauf hat. Versteht ihr, wie ich meine so? Und so haben wir uns das auch gedacht bei Paulberger Limo. Hallo, lieber iCrimex oder auch das iCrimex-Team. Herzlich willkommen zu meinem Video. Moin. Ich war gerade im Edeka und habe mir die zwei Paulberger Limo-Sorten gekauft. Ich habe hier im Hintergrund auch noch mal welche aufgestellt. Guck mal, er hat hier ein richtiges Profi-Setup gekümmt und so. Okay, also auch eine Bewertung haben wir hier. Und dann schaue ich dann auch noch auf die Zutaten ganz schnell. Ja, ich würde sagen, wir probieren hier Bubblegum. Boah, ey! Warum drehst du ja hier die Musik auf einmal voll auf hier? Okay, wir probieren hier, wie gesagt, Bubblegum. Okay, Bubblegum ist so, die einen lieben es, die anderen mögen es nicht. Also, wie gesagt, ich habe die ja auch schon getrunken. Schmeckt mega, mega cool. Ja, wichtig. Schön erfrischend auch, wirklich. Ein weiterer Paulberger, der zufrieden ist. Ehrenmann. Wirklich sehr, sehr natürlicher Geschmack. Okay, und die Bewertung? Also, insgesamt, beide sind sehr, sehr gut und schmecken sehr, sehr gut. Also, mir persönlich schmeckt sehr, sehr gut, beides, wirklich. Also, großes Lob an dich, iCrymax und auch das iCrymax-Team. Danke sehr. Einfach so matt, wirklich so, 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 so schön. Design-Bewertung. Hier, einfach schön. Und hier genauso bei der Viersichtdose, also... Okay. Kann man nichts Besseres sagen. Gib deine Bewertung, Bro. Äh, ja. Ist eigentlich wirklich sehr natürlich, also, ja. Super gesund und mit sehr guten Vitaminen. Ehrenmann. Wirklich sehr, sehr lecker, iCrymax. Großes Lob an dich. Danke, iCrymax, für die leckerste Limo der Welt. Neuestes Lieblingsgetränk. Freigeschaltet. Ehrenmann, danke schön für dein Feedback. Kuss, kuss, kuss. Bist auf jeden Fall auch schon mal in der, ich sag mal, in der etwas engeren Auswahl, ja? Mal gucken, was noch kommt. Aber war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Okay, hier mal wieder der Paul Berger Limo-Song. Haben natürlich sehr viele verwendet. Ist ja klar. Der Tag war hart. Okay, ich glaube, er kommt so von der Schule so. Mit Rucksack. Nice. Paul Berger auf die Eins. Ui, und jetzt, oh, Leute, mit der Aussicht. Ui, mit der Aussicht. Einfach mal mit seinem Brathahn, Leute. Mit seinem Broski. Erstmal schöne Paul Berger Limo zischen. Und dann auf einmal wird das eine ganz wilde Paul Berger Limo-Party. Das ist aber ganz, ganz schnell eskaliert hier. Von ruhig auf der Bank sitzen zu Strohbo-Licht. Danke, Kramix. Ich danke euch, Jungs. Kuss, kuss, kuss. Auch cooles Video. Okay, ein bisschen komische Audio-Qualität. Aber... Aber, Leute, er kommt von der Schule. Auch natürlich Ehren-Merch an. Ehrenmütze, Ehren-Shirt. Geht in den Supermarkt. Geht in den Supermarkt. Geht in den Supermarkt. Holt sich natürlich erstmal eine Paul Berger Limo. Paul Berger Limo. Annika Scholz. Dankeschön für das Video. YouTube-Star. In ein Kühl... Aber, Leute, können wir auch mal drüber reden? Können wir auch mal bitte drüber reden, wie fresh eigentlich mein Merch aussieht, Leute? Also, jetzt ohne Werbung hier zu machen. Alles gut. Aber ich finde wirklich, ich habe cooles Merch so. Das ist nicht so bunt, so... Keine Ahnung was. Die Mütze ist cool. Das Shirt ist cool. Er sieht fresh aus. Cooler Typ. Weiße Sneaker. Clean. Paul Berger Limo zichten, Leute. Bei ihm läuft, ey. Berger Limo. Jetzt noch ein bisschen schönen Ausblick genießen. Geil, geil. Auch cool. Also, das auf jeden Fall in meine engere Auswahl. Starkes Video. Finde ich cool. Hier nochmal ein Testvideo, Leute. Heute testen wir mal die Paul Berger Limo. Oh, okay. Aha. Was schaut er denn da im Hintergrund? Die ist ein bisschen zerbillt, aber... Egal. Paul Berger Limo ist stabil. Die halten das aus. Also, ich finde sie mega lecker. Ich habe ja auch schon vor zwei Monaten, habe ich mir die auch schon mal geholt. Und die ist super lecker. Ehrenmann, danke. Mach's gut. Dankeschön für dein Feedback. Kuss, 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 bro. Tö, 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 tö. Jo, er hat hier auch einen ordentlichen Vorrat geholt. Erstmal schön zischen hier. Boah, guck mal, wie viele leere Dosen er da schon hat. Jo, diese Effekte. Die Paul Berger Limo. 10 von 10. Ehrenmann. Ey, Leute, aber Realtalk. Ich habe euch Realtalk alle so lieb. Ich habe einfach die beste Community. Ich feiere eure Einsendungen echt so krass, Leute. Hallo. Ich hätte gerne die Paul Berger Limo. Aha. Wie viel kostet die? Und ich hoffe, die schmeckt auch lecker. Sonst gibt's Ärger mit mir. Okay. Dann bekommt die Paul Berger Limo. Warte mal, warte, warte. Ich zeig dir welche. Die Junge macht richtig so mit Queenscreen, oder was? Wenn du das selber packen willst, das kostet 14,99 Euro. Aha. Oder willst du, oder willst du für sich. Das kostet auch 14,99 Euro. Hm. Ich glaube, ich hole beide das gleiche. Ehrenmann, beide holen. Ah, okay. Das macht 14,99 Euro. Hä, wieso 12,99 Euro? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Äh, ich dachte, zusammen kostet das 8. Warte. Was kostet ihr dann zusammen? Ach. Irgendwas knapp 30 Euro zusammen, oder? Hä? Leute, ich muss sagen, ähm, ich fand's irgendwie lustig, aber ich hab den Sinn nicht verstanden. Warum waren zwei denn auf einmal günstiger? Ah, man, dankeschön, Bro. Auf die 1. Geschmäcker be nice. Was war das für ein Cut? Oha, ey, Leute, er hat auch mein Shirt. Ihr habt alle den Merch, Leute. Erstmal schön Bubblegum. Ey, die kleine Schwester muss auch noch Bubblegum trinken hier. Die Paul-Berger-Limo. Die Paul-Berger-Limo. Ey, guck mal, Leute. Was für eine Süße. Was für eine Süße hier. Prost, mein Freund. Die machen einfach alles mit den Paul-Berger-Limo-Dosen. Ich hab zwar bei dem gesamten Video nicht unbedingt den Zusammenhang verstanden, aber ich fand's sehr sympathisch. Und, äh, ihr kommt auf jeden Fall auch in die engere Auswahl. Du hast mir mal so eine Unterschrift gegeben von deiner Jacke. Ach. Und die steht hier. Kannst du dich noch daran erinnern? Ey, ich muss ehrlich gerade sagen, ich erinnere mich mehr an die Jacke als an ihn. Also nicht falsch verstehen, aber ich kann mich noch an diese Jacke erinnern. Und mein neues Lieblingsgetränk ist natürlich deine Paul-Berger-Limo. Das freut mich, Bro. Und ich kann mich schon mal in die neue, ähm, neue Paul-Berger-Limo rauskommen. Danke für das Video. Kuss und viel Spaß mit deiner Jacke. Hallo, X-Ray-Max, was geht ab? Moin. Wir haben uns auf der Gamescom 2023 kennengelernt. Ja, ich hab mir jetzt einen Monatsvorrat Paul-Berger-Limo. Einen Monatsvorrat. Hier oben seht ihr das Nummer 1-Gewinn. Boah. Dicker Vorrat, Junge. Ich probier sie jetzt mal. Fetzt mal rein hier. Ey, Leute, hört ihr das mit diesem Slurp-Shoes-Effekt? Das kann ich auch. Ah. Ja, Leute, vielleicht funktioniert das auch bei jedem, der Paul-Berger-Limo trinkt. Moin, Leute, was geht ab? Ey. Paul-Berger testen mit Song von iCry-Max. Ehre. Ihr kennt sie wahrscheinlich. Ich würde sagen... Wer testet hat heute... Genau. Heute wird nochmal ein Paul-Berger-Limo-Test hier gemacht. Ich nehme an, dass dein Vater hier... Ich bin mal gespannt. Okay, ja. Oh, Kaugummi. Soll ja auch nach Kaugummi schmecken. Aber jetzt kommt der Geschmack. Wie würde ich sagen, 33. 33 von 10, Leute. 33 von 10? Ehre. Das hat er richtig geknallt. Grüße gehen raus an iCry-Max. Ehre. iCry-Max. Liebe Grüße. Nice. Auch cool gemacht. Ich finde das auch immer so sympathisch oder so lustig, wenn die Eltern auch Paul-Berger-Limo feiern. Ja, das ist cool. Was sind das? Breaking News. Auf dem Planeten wie Monia, wo nur Paul-Berger-Limo getrunken wird, werfen die Bewohner in Rosa auf. Was? Der Schurke-Zauber-Lax hat den goldenen Paul-Berger-Limo-Pokal. Alter, er macht da voll die Fantasy-Story. Wo der Pokal nun von seinen Drachen bewacht wird. Wow. Die Limonadier riefen sofort iCry-Max und Stani zur Hilfe. Und Stani. Welche im epischen Fahrzeug direkt herbeikamen. iCry-Max und Stani müssen kommen und regeln. Nach einer Stärkung ein eiskalter Paul-Berger-Limo. Jürgen. Hä, zeichnet er das selbst? Das ist ja voll krass. Den Kampf gegen den Drachen in einem gigantischen Fußball-Duell an, welches... Er macht einfach ein Paul-Berger-Limo-Anime. Und tatsächlich schaffen es iCry-Max und Stani, den Limonadiern ihren Pokal zu bringen. Hä, wie krass. Für sie natürlich gebührend gefeiert wurden. Natürlich mit... Paul-Berger-Limo. Hä? Leute, das ist ja übel cool gemacht. Er hat einfach ein Paul-Berger-Limo-Anime gemacht. So einen kleinen... Hä? Voll cool. Auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Deine Schule ist vorbei und der Tag war... Wow! Hä, wie cool! Auch geiles Video. ICry-Max und Stani, Paul-Berger auf die 1. Aber warum rot, Bro? Ist doch lila, also pink und gelb. Wir haben doch noch keine rote Geschmackssorte. Oder ist das etwa die neue Sorte? Hast du hier gerade die neue Sorte veröffentlicht? Leute, eine rote Dose wäre auch mal ziemlich cool, oder? Was, denkt ihr, wird die neue Farbe von der Dose sein? Mehr davon. Will ans mehr davon. Auch cool. Muss ich sagen, auch mal nice hier in Minecraft. Oh, oh, warte, da geht's noch weiter. Jetzt schüttelt er sich hier noch ein bisschen Paul-Berger-Limo ein. Nice, Leute. Einfach Community. Einfach Community-Getränk, Leute. Also, hallo, äh, ja, ich bin Basti quasi. Moin, Basti! Wenn du mich siehst, keine Ahnung. Aha. Beste Getränk von YouTuber. Weil da ist halt einfach, äh, kein... Nicht so viel Zucker drin. Das ist einfach perfekt. Aha. Und ich hab hier, wenn man das sehen kann, einen ganzen Stapel, hier, äh, von Paul-Berger-Limo. Alter! Er hat ja echt einen Riesen-Stapel. Äh, äh... Junge! Und das schreib ich immer unten. Was schreibst du denn drauf? Was ist das für, äh, welche Nummer das ist, wie viele das sind schon? Was? Ich weiß nicht, wie viele das sind schon, aber keine Ahnung. Ja, das... Ich liebe einfach diese Paul-Berger-Limo. Alter. So heftig. Er ist einfach ein Ehren-Supporter. Also, hallo... Alter, ich muss... Wir müssen da eigentlich nochmal kurz reinschauen. Wir müssen nochmal hier diesen Riesen-Stapel sehen. Guck mal hier. Einen ganzen Stapel. Nice. Auch das hat er die einfach immer so durchnummeriert. Hä? Voll korrekt. Moin, Leute. Was geht? Ich bin's wieder. Und heute mit einem besonderen Video. Ich hab... Darauf hab ich lange gewartet. Und zwar... Wir haben auch alle auf dich gewartet. Ich kennst alle... Ich kennst alle... Ich kennst alle... Er ist einfach Paletto-Max. Und Paul-Berger. Ja. Also, wer Alchemix nicht kennt, den versteh ich nicht. Und er hat einen Freitkanal, der heißt Paul-Berger. Und ist soweit. Ja. Paul-Berger. Paul-Berger-Limo, Leute. Einmal Pfirsich. Einmal Pfirsich. Und einmal Bubblegum. Leute. Ey, Leute. Ich bin echt beinahe. Like das Video. Hashtag Paul-Berger-Limo in die Kommentare. Und dann probier ich das jetzt. Ja, probier mal. Dann probier ich das jetzt für mich. Zieh dir mal rein, hier. Und bis zum Himmelhaut rein, Leute. Ciao. Hallo, Leute. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute... Ey, mit dem 2-Millionen-Song im Hintergrund. ...und am Schluss bewerten wir die noch von 1 bis 2. Oh, wir haben auch noch mal eine Bewertung hier. Okay. Er bewertet die Paul-Berger-Limo. Alter, Leute. Den 2-Millionen-Song hab ich schon voll lange nicht mehr gehört, ey. Nice. Was ist denn? Vorsicht, ist nur 10 von 10 und was soll ich da machen? Beides 10 von 10? Ja. Beides 10 von 10. Schmeckt dir dann besser. Für sich. Aber es ist trotzdem beides 10 von 10, ne? Mhm. So, an dieser Stelle. Support geht raus an iCrymax. Dankeschön. Möchtest du noch was sagen zu deinen Zuschauern? Ja, Leute. Danke, danke. Kuss, kuss, kuss. Geht raus, bro. Kuss, kuss, kuss. So, Leute. Eins schauen wir noch. Und falls ihr euch vielleicht fragt, warum ihr euer Video nicht gesehen habt bei allen Videos. Leute, mein Management hat davor schon mal so ein bisschen aussortiert, wenn Videos vielleicht nicht so gute Qualität waren. Oder manche haben das vielleicht auch falsch hochgeladen. Und deswegen habt ihr jetzt vielleicht euer Video nicht gesehen, ja? Also ich hab quasi hier so die besten von den Einsendungen bekommen. Und ein paar Wiffleis. Boah, okay, hier nochmal eine Paul-Berger-Limo auf dem Stuhl drauf. Okay, okay, gibt uns hier eine kleine Roomtour. Boah, hier auf der Fortnite-Scar. Auf der Nerf-Scar. Was kommt, was kommt jetzt noch? Was kommt jetzt als nächstes? Was kommt denn jetzt als nächstes hier? Boah, bei Herr Lama, bei Herr Lama auch nochmal eine Paul-Berger-Limo. Wie er uns einfach eine Roomtour gibt. Guck mal, da hinten noch schön ein Klassenfoto. PS5 hat er auch am Start. Und Herr Lama dreht völlig durch. Boah, 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 boah. Ey, Herr Lama, wenn Herr Lama Paul-Berger-Limo trinkt, dann ist aber Feierabend. Der dreht dann, dann, Leute, dann ist hier wirklich Abriss. Abriss-Party. Da ist auch nochmal eine bei den Prime-Flaschen. Paul-Berger, wir sind eine Bewegung. Oh mein Gott. Leute, ich würde aber sagen, damit sind wir jetzt hier die Einsendungen durchgegangen. Ihr seht jetzt hier die 10 Gewinner-Videos eingeblendet. Eure Namen. Ihr bekommt auf jeden Fall jeweils 100 Euro und sogar noch ein Paul-Berger-Limo-Blüchtier zugeschickt. Markiert mich gerne mal auf Instagram, wenn das Blüchtier bei euch ankommt, Leute. Und dann würde ich sagen, wenn ihr sowas fighten und sowas öfter haben wollt, dann können wir das vielleicht nächstes Mal sogar mit 10.000 Euro oder sowas machen. Also lasst dafür gerne mal ein Like und ein Abo da. Checkt Paul-Berger-Limo aus. Checkt gern mein Merchandise aus, Leute. Kuss, 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 geht raus. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crymax. Ciao. Hallo. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020